Am 23. August 2014 startete der bis dahin größte nicht kommerzielle Elektromotor-Reichweiten-Test am Ladepark Kreuzhilden. Organisiert vom Forum Tesla-Fahrer und Freunde waren mehr als 70 Elektrofahrzeuge gekommen, um den schlecht recherchierten Artikel einer Autozeitung zu widerlegen. Darüber berichteten die Medien, ZDF und WDR auch überregional in mehreren Beiträgen. Bei der Testfahrt ging es darum, mit möglichst konstanter Geschwindigkeit auf der Autobahn Richtung Norden zu fahren. Sobald die Hälfte der Batteriekapazität verbraucht war, wurde die nächste Ausfahrt gewählt und zum Ausgangspunkt zurückgekehrt. Die erzielte Strecke und verbliebene Reichweite wurden addiert, um eine praxisnahe Reichweitenbestimmung zu erhalten. Bei meinem E3 und 90 km pro Stunde waren dies 161 km. Die wahren Helden der Elektromobilität stellte eine Gruppe Twizy-Fahrer aus München, die mit ihren Elektro-Kleinfahrzeugen trotz der geringen Reichweite in 10 Tagen mehr als 3500 km von Hälften nach Norden schon zurückgelegt hatten und bei einem Reichweiten-Test Station machten, bevor es weiter in Richtung Honnath nach München ging. Jetzt geht es erstmal von Hälften zur nächsten Zwischenstation nach Köln. Nun ja, also es war sehr spannend und wir warten ja auch noch auf die, die den ganz langen Stint machen. Also nicht den Vergleich zur Amt, sondern die wollen ja mehr als 500 km mit einer Füllung fahren, also auch mehr als die 502 km Reichweite des Tesla Model S der Werksangabe beweisen. Die kommen noch, aber alle anderen Dinge, warum wir ja uns getroffen haben hier, die sind jetzt klar. Wir haben also mit Tempomat 120 die Ergebnisse da, die wir dann mit den Durchschnittsergebnissen von 120 und von der AMS vergleichen. Dann starten wir, fangen wir unten an. Smart IDE, die AMS hat gesagt, der kommt nur 50 km weit, 320. Unserer, der mit 120 km am Haar gefahren ist, ist 94 km weit. So, und jetzt kommt der eigentliche Grund, warum wir hingefunden sind, was uns im TTS-Programm so ordentlich hat. 184, das ist die Hälfte von dem, was man sonst noch mal schafft, das wissen wir alle. Und es ist geworden, und da haben wir eine breite Basis, wir haben einen Schnitt von 363,5. Ja, liebe Automotor und Sport, in Sachen E-Mobilität muss ich echt noch was werfen. Wir bitten euch das gerne bei. In der 120er-Gruppe ist am weitesten gekommen Elektrostrom mit 125 km bei einem Schnitt von 91,2 km. Eberhard kommt! Wollen wir gleich weiter machen? Er war Topfer für Ede-Show. In dieser Stelle steht, Charles Schnau. Wir haben hier eine Torte, für den mit dem sogenannten im vorgekühlt diskutierten Orden, wir verleihen dieser Torte den Orden wieder der tierischen Reichweite ein. Kilometer Null. Das sind 18 Leute. Eine schöne leichte Cremetorte hat normalerweise 16 Stücke. Es gibt also nur eine Möglichkeit. Wir müssen jetzt anstreiten. Alle 18, die mit Null gefahren sind, kriegen Stücke. Das war gut. Mein Vorschlag. Auf geht's. Wow. Das ist eine kleine Torte. Die hält sich, die hat man hier auch rein. Und wenn du aus Graz kommst, weiß ich, dass man da zum Beispiel so Linzer-Torten ganz schön draufgestellt ist. Das sind dann Süßigkeiten. Gepacken. Glaubst du denn, dass eine Resonanz von der Automotive und Sport kommt, wenn wir das jetzt veröffentlichen? Ja, also wichtig ist vor allem, dass man es einfach mal gemacht hat. Weil das Problem bei der Elektromobilität derzeit ist ja, dass 99,5 Prozent aller Leser der Zeitschrift noch nie ein Elektroauto gefahren haben. Und dann liest man das eben und denkt, es stimmt, was da drin steht. Und dann hat man halt ein völlig falsches Bild davon. Und wenn man dann sagt, naja gut, da ist ein Auto, das wird groß angeworben und das leistet gar nicht das, wofür es eigentlich angepriesen wird. Das ist glaube ich das, was uns alle ja am meisten geärgert haben. Denn wenn es jetzt irgendwie nur eine normale Technik wäre, wo man sagt, naja gut, das kennt jeder und hat jeder im Alltag. Gerade bei der Elektromobilität sind wir ja nun an so einem Punkt, an dem wir ganz genau darauf achten müssen, dass die richtigen Daten darüber kommen, damit sich Menschen, die noch nicht damit in Berührung gekommen sind, ein richtiges Bild machen können. Darum denke ich, dass diese Aktion heute unglaublich wichtig ist. Eben auch in der Realität, in dem echten Herzetest, nämlich dem, was das Leben schreibt, tatsächlich zu beweisen, es geht. Und die Öffentlichkeit, die damit erzeugt wurde, ist natürlich gut, denn wir alle, die mit Tesla Model S fahren, und das zum Teil ja schon viele 10.000 Kilometer, die wissen, dass es überhaupt kein Problem ist. Aber ich hoffe, dass jetzt auch das richtig gestellt wird. Denn was uns wahrscheinlich am meisten geärgert hat bei dem Artikel, war ja, dass dort eine Grafik gezeigt wurde, dass man mit dem Wagen noch nicht wahrnimmt, dann nach München fahren kann und dann eben kurz hinter Augsburg liegen bleibt. Und ich glaube, das galt es zu widerlegen und da scheint ja sehr eindrucksvoll, wie passiert zu sein heute. Und zwar haben wir noch eine weitere Erkenntnis. Es haben ja vier Model S Fahrer versucht, auf die Tesla-Werksangabe zu knacken. Zwei sind noch unterwegs, zwei sind schon wieder da. Ja, also der Eberhard, hier der Präsident vom Tesla-Fahrer-und-Freunde-Forum e.V., der hat tatsächlich 514,9 Kilometer gefahren und ist hier mit Restreichweite 0 angekommen, also genial. Der ist mal eben kurz an die Nordsee gefahren, fast bis an die Nordsee. Die zwei, die noch unterwegs sind, haben sich nämlich den Jux erlaubt vor der Autobahn abzubiegen, weil sie ein Foto am Deich am Meer machen wollten. Auf die Warten war aber jetzt noch. Das Foto habe ich auch vorhin schon gesehen. Das könnte man ja ganz gut nachvollziehen. Ja, und ich denke mal, ich meine, wichtig ist bei den Ergebnissen jetzt die Wandbreite mal zu sehen. Ja, man kann ein Elektrofahrzeug über die Werksangaben hinausfahren, müsste man die Durchschnittsgeschwindigkeiten mal anschauen. Was mir eben ganz wichtig war, gerade bei dieser Angabe 120 und ich fahre meinen Wagen eben auch auf der Langstrecke. Ich fahre dann öfter mal von Zürich nach Hamburg rauf und mache an einem Tag eben weit über 1000 Kilometer. Und man kann das eben auch machen und das finde ich so interessant. Nicht nur, indem man sich in den Windschatten eines LKWs hängt, sondern dass man eben auch ganz normal im Verkehr zu Richtgeschwindigkeiten windspunkt. Also super Aktion und ich denke mal, Tesla als Firma kann stolz darauf sein, so viele, ja nicht nur Käufer oder Kunden zu haben, sondern tatsächlich eben auch Menschen, die sich dafür einsetzen, wofür das gesamte oder die gesamte Idee dieses Fahrzeugs steht. Und ich kann nicht nur wiederholen, ich glaube, dass wir in Deutschland sehr doll aufpassen müssen, dass wir die Technologie der Zukunft nicht kleinreden, nicht schlechtreden oder in der Öffentlichkeit falschreden. Denn wir tun uns eigentlich kein Gefallen damit, uns eine alte Technik schönzureden und die neue Technik schlechtzureden. Und darum glaube ich, dass diese Aktion sehr wichtig dafür war, tatsächlich einige Dinge richtig zu stellen. Und wie ich höre, ihr habt ja auch das ein oder andere Medium noch mit dabei, die ihn vielleicht auch mal in einer kritischen Berichterstattung überprüfen, ob all das so ganz richtig war. Und ich bin sehr froh darüber, dass ihr das gemacht habt. Nochmal herzlichen Glückwunsch an alle. Ja, danke. Und die Organisation. Ja, dir auch viel, viel Dank, Lars. Super, klasse. Und dann wünsche ich allen Fahrern und allen Teilnehmern eine gute Heimfahrt und noch eine schöne Party. die jetzt feiert euren Erfolg mit der reichweiten Fahrt. Und ich freue mich auch auf die Dokumentation da alles wiedergegeben. Machen wir. Vielen Dank. Okay, dann bis da. Vielen Dank. 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 Bye. Bye.